so freunde willkommen zu einem weiteren video von gemstone legends wir haben ein neues intro beziehungsweise es gibt neue beginnerevents und die will ich einmal ganz kurz vorstellen die laufen natürlich auch schon im hintergrund so ein bisschen mit das ist ganz praktisch da kann man zu dem was ich erzähle jetzt eben dann auch sich das video in dauerschleife dann immer mal wieder angucken und man erkennt es so wir sehen schon im hintergrund da läuft das erste event mit vigo aber wir gucken uns zuerst das auf der rechten seite an ja weil wenn man oder wenn du dieses spiel spielen möchtest weil dir das gefällt was ich hier bisher da auf youtube auch gezeigt habe und so weiter dann kannst du das mit dem link in der beschreibung runterladen ja das ist wichtig weil dadurch unterstützt du zum einen mich und zum anderen bekommst du natürlich dann auch gute startboni die dir das dann ein bisschen alles vereinfachen ja und zum einen siehst du auf der rechten seite bekommst du einen epischen helden und das ist meralia ein super heiler der dir sofort natürlich weiterhelfen wird zusätzlich 500.000 münzen 10 mana tränke 10 heilungstränke und 300 juwelen das ist praktisch die ingame währung ja da muss das musst du einfach nur machen wenn das indem du dir das spiel über den link in der beschreibung download ist das kriegst du automatisch und dann sehen wir schon da kommt wieder unser vigo das ist nämlich das erste event was für die anfänger dann kommt ja weil man will ja den natürlich am anfang auch ein bisschen starthilfe geben dementsprechend gibt es nicht nur den ein epischen helden meralia sondern auch vigo und den kann man nämlich dann wenn man goldrollen öffnet dann in so kleinen splittern bekommen die zusammensetzen und dann hat man diesen helden das ist event nummer eins event nummer zwei man hat es gerade auch schon im hintergrund gesehen ist man kann ein sich ein volles set von vier sterne rüstung zusammen erspielen sozusagen ja das ist dann mit dem haupt attribut defensive gibt dir mehr durchhaltevermögen für deinen helden kannst du sogar direkt perfekt auch für vigo nutzen oder für meralia sie ist eine heilerin ist eigentlich eine super sache die dann natürlich auch auf def zu machen ja und das dritte event das ist relativ praktisch weil wir sehen es jetzt gerade im hintergrund für vigo muss man goldrollen öffnen das dritte event sehen wir gleich wenn die endlos schleife weiter läuft ja das dritte event ist nämlich so dass man im endeffekt mit den goldrollen im endeffekt mit den goldrollen das erste event direkt auch schon schaffen kann ja das ist also im endeffekt 2 in 1 sozusagen wenn wir es jetzt gleich nochmal sehen ich warte noch mal eben ein paar sekündchen ab dann werden wir das auch sehen er kommt erhalte schrift rollen da besser ein artefakt besser 2 und so weiter besser auf 15 und dann kriegt man die goldrollen als belohnung da sehen wir sie ja und da kann man im endeffekt wenn man diese goldrollen öffnet arbeitet man direkt schon das erste event mit vigo dann auch noch ab das ist auch noch eine super sache die events damit man sich nicht wundert wann diese events stattfinden wird praktisch das erste event die gehen alle vier tage ja das erste event wird direkt dann starten am nächsten tag wird das zweite event starten und das dritte event wird dann am dritten tag starten sodass man im endeffekt bis oder nach sechs tagen alle events durch hat ja super sache direkt am anfang wird vollgas gegeben damit man alles so schnell wie möglich hat und so schnell wie möglich dann halt auch nutzen kann in den ersten vier tagen ist man aber das kommt dazu ist man von normalen oder von von spezielleren events die für anfänger noch ziemlich schwierig sind erstmal noch befreit ja also wenn es gibt events da muss man sehr viel farmen ähm die werden jetzt nicht noch zusätzlich in den ersten vier tagen kommen wenn es ein event ist wo es um einen neuen helden geht das wird auch für neulinge verfügbar sein aber ähm bisschen äh schwierigere events die werden zumindest nicht in den ersten tagen kommen damit das nicht zu viel wird direkt am start ja das vielleicht auch nochmal ähm interessant wie die events aussehen das sehen wir halt wie gesagt in der dauerschleife deswegen habe ich die dauerschleife gemacht ja damit man sich das immer wieder mal äh vor augen führen kann aber im endeffekt ganz einfach das spiel downloaden und dann auch selber spielen und das war es auch schon wenn du dann das spiel über den link gedownloadet hast und sagst jo das gefällt mir dann bist du natürlich auch herzlich willkommen in einer von meinen allianzen beizutreten ja wir haben eine die generation zero das ist eine top 10 allianz in dem spiel wir haben die creation zero die auch ganz gut dabei ist und wir haben die ground zero das ist so für unsere anfänger da wärst du natürlich dann perfekt drin und äh perfekt auch für gemacht ja um da tipps und tricks zu kriegen wir haben line gruppen wir haben alles möglich wir haben wir haben ein discord channel und da gibt es massenweise an infos und natürlich auch an hilfestellung deswegen viel spaß mit gemstone legends und ich hoffe wir sehen uns dann in einer von meinen allianzen bis dahin alles gute und dann sehen wir uns macht's gut ciao ciao so freunde willkommen zum krieg generation zero gegen whisky kauf und äh ja es sieht gut aus für uns ne wir sind da gut durchmarschiert äh wir könnten jetzt die festung einnehmen ja das sieht jetzt nicht mehr so stark da aus könnten wir machen dann könnten wir ein paar neue helden testen theoretisch äh wir könnten auch mal mit drei helden und ähm ohne waffen und so mal so ein bisschen probieren zumindest hier äh wir können natürlich auch einnehmen ne haben wir hier ja hier sind noch so mehr hier sind ein paar stärkere dabei ja das haben wir was haben die bei episch okay da sieht es auch interessant aus aber was haben die hier bei legendär hier sind auch noch ein paar starke also wenn dann wenn wir die also die die kammer können wir hier relativ leicht einnehmen das sind keine schweren gegner denke der rest ist relativ tierig so für meine verhältnisse dass ich da jetzt nicht sagen würde jo da gehen wir jetzt ganz gechillt ran ähm außer der hier vielleicht der hat ein 94 ähm ja gute frage gute frage nächste frage ähm machen wir weil der angefangen ist nehmen wir mal hier ein legendär machen wir das mal eigentlich habe ich mit äh karagon noch hier ein äh ein hühnchen zu rupfen ne deswegen werde ich jetzt auch auf den hier gehen jetzt muss ich ich muss einen mitnehmen der den spott wegnimmt also den den geteilten schaden nicht den spott den geteilten schaden und das bist du deswegen kommst du jetzt mit und dann äh können wir mit grün oder mit blau ich würde sagen wir gehen mit blau rein ja blau ich würde gerne mit ihr spielen oh ne weißt du was wir spielen mit Tornis und mit Myra und Roger hat keine Lieder eigentlich könnte ich auch statt Roger Torbjörn mitnehmen weil Torbjörn macht den Liederbonus 44% für die HP das passt in dem Fall jetzt besser so Waffen nehmen wir wie gewohnt mit jetzt in dem Fall so Frau Klaus für Karagon wir gucken dass wir womöglich Helika zuerst rausnehmen ich weiß es noch nicht wir gucken mal ich hoffe es ist nicht wieder Mana Gain Mana Gain ist kacke auf Mana Gain habe ich keine Lust ok es ist gar nichts so wie es aussieht das ist schon mal gut ok so dann äh sind die jetzt gleich dreimal dran ich guck mal ob ich hier ok sehr gut können wir alle drei rausnehmen das ist gut aber dann gucken wir mal dass wir mit Rot irgendwie ein bisschen vorankommen natürlich mit Blau Helika ist zuerst das Ziel die will ich raus haben so betäubt 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 yippie 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 jetzt bin ich wieder dran so gehen wir auf ihn ja jetzt ist ja kein kein Sport mehr da jetzt kann ich eigentlich mit Frau Klaus mal kurz chillen hm kommen wir die Blauen ein bisschen näher ran so jetzt würde ich sagen Helika löst gleich aus deswegen geht sie jetzt mal weg dann würde ich sagen als nächstes nehmen wir sie raus weil Blau ging Rot ne und dann gucken wir mal wo wir dann die letzte letzte Waffe da nutzen so zack 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 ok sehr schön jetzt kommt er einmal er macht mir jetzt erstmal keine Sorgen ne so Spott kriegt Torbjörn weiter der kann das gut alles einstecken das extra gemacht dass ich die Blauen ein bisschen zusammen habe ich würde nämlich gerne Myra zuerst feuern und dann Torbjörn einfach und des Damages ok er kann machen ja ist in Ordnung dafür habe ich ja extra Frau Klaus die ganze Zeit aufgehoben da hätten wir da jetzt endlich das dann jetzt macht es nicht weg ah doch macht es ok sehr gut darauf habe ich gewartet genau auf diese eine Szene dass ich das machen konnte dafür habe ich so lange gebraucht ok freu dich an zack 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 naja er teilt sich ja den Schaden ah ne teilt er sich jetzt nicht sonst hätte er sich mit sich selbst geteilt das ist natürlich auch immer eine super Sache könnte jetzt reichen ja ok gut sehr gut ich werde den hier ziemlich komplett einnehmen ich werde den so auf 1 runterspielen denke ich und dann gucken wir einfach mal weiter da haben wir wieder Systemleistung sehr schön so akuma und nadja das ist natürlich auch was was extrem undankbar ist mit spott wäre frau klaus auch nicht schlecht gewesen ah gut gehen wir erstmal hier hin drei gelbe da ist lila jetzt nicht so cool ich würde tatsächlich auf schwach punkt blau gehen und mit grün spielen womöglich stribok und grün ich überlege ob ich ihn mitnehme ich glaube den nehmen wir nochmal mit so speed ja gucken wir mal gucken wir mal wie sich das verhält oh wir sind dran das ist schön ich würde sagen ich gehe erstmal auf ihn mit ihm habe ich kein gutes verhältnis wenn man das mal so rausdrücken sollte rausdrücken darf ok sehr gut wir mal hier ok war jetzt nicht krasse damage aber dafür dass er noch da im aufbau ist ist das ganz ok kann ich mitnehmen so ähm betäuben hat äh überhaupt nicht funktioniert gut nehmen wir hier die waffen und hauen jetzt guineville raus relativ entspannt dann kümmern wir uns hier um den blauen der kriegt ja jetzt extrem viel damage durch meine grünen wenn ich meine grünen nochmal ankriege aber das passiert jetzt so jetzt nehmen wir nämlich ach guck an er hat ihn schon einfach mal zerstört ne gildor macht mehr damage je mehr positive effekte sind deswegen bringe ich gildor immer mit strivok eigentlich zusammen das macht enorm viel damage ok ähm ich gehe jetzt mal in die festung lassen wir das dann mal so stehen gehen wir mal hier hin waffen nehme ich mit nehme aber jetzt drei helden mit ähm zwei rote ja da können wir nochmal mit blau spielen nehmen wir sie mit dann hätte ich eigentlich gerne ähm noch dabei und jemanden der der heilt oder wiederbelebt eins zum beiden stellt bei allen verbündeten ja das ist doch das hört sich da gut an machen wir das so leader bist du acc wert in allen spielmodi ja das ist in ordnung dann setzt du mehr das mal des attentäters ok gucken wir mal die haben zwar resistenz leader aber wir gucken einfach mal wie das funktioniert ok ich beginne dann beginne ich mal direkt so resistenz ballert schon mal bei denen das hat schon mal funktioniert ok ähm würde ich sagen haben wir ihn hier erstmal raus dann spielen wir drei gegen drei so das ist schon mal gut dann kümmere ich mich als nächstes hier um ihn so blau ist unsere farbe blau und gelb verstehe nicht warum er will dass ich das mache wahrscheinlich um das so hinzukriegen der da zusammen ja machen wir es auch ah ich kann auch machen ok machen wir es auch ok nehmen wir mal die roten steine weg ja ist in ordnung gut heilen musste ich gar nicht so würde ich sagen gehen wir erstmal auf ihn ich mache jetzt erst sie drauf dann ihn ok mal des attentäters direkt explodiert so sollte es nämlich auch genau sein so er ist schon mal weg schauen wir uns jetzt als nächstes um ihn sie ist extrem gut stelle ich jetzt gerade mal so fest also ich habe ja noch nicht nicht viel mit ihr gespielt aber das was ich jetzt gerade hier so sehe das ist schon ziemlich gut also allein nicht nicht weil sie jetzt viel damage macht oder sowas sondern allein von ihrer special handhabung macht mal schutzschild macht mal hier ein bisschen was macht mal da was heilt enorm gut gibt sich jetzt wieder schutzschild wenn sie kritischen schaden erleidet ja schön gleichzeitig heilt sie jetzt auch noch wunderbar ich setze mal hier das mal des attentäters hin zweimal gut ihn hauen wir raus sie ist auch da bin ich auch ein extremer fan von vier mal zu machen mit mal des attentäters alles attentäters habe ich jetzt auch echt lieb gewonnen oh schön da kamen die 50% noch mal rein sehr gut ich meine sie ist jetzt eh weg aber fast 30.000 nur durch das mal des attentäters das ist schon krass ok hier haben wir viel support ok ich nehme auch wieder die waffen mit jetzt gucken wir mal was wir hier nehmen ich mal ihn nehme ich auch mal mit so wir nehmen ja jetzt nur 3 mit ja das ist ja nicht schlimm lebt ein verbündeten wieder du wirst wahrscheinlich auch nicht angegriffen machen wir das so waffen haben wir achso wir müssen noch mal in crit rate hp in allen ja das ist sehr gut resistenz in der arena bringt mir nix ok gucken wir mal wie es mit denen dreien läuft waffen da würde ich natürlich sagen da hauen wir einen gelben raus oh die sind jetzt hier mal dran ok die sind schnell das ist natürlich interessant jetzt sie kriegt direkt volles mana ok interessant interessante konstellation die ich hier gerade habe ok 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 macht sie schlaf oder was macht sie nochmal schlaf und fluch ja da würde ich mich leider von dir schon mal ja ja ich ich ja ja ich würde alles geschmeidig runter so so das geht in rot und blau nehmen wir hier noch die blauen mit hier nochmal blau mit ok macht sie irgendwas noch was was wir brauchen könnten kann ich damit irgendjemanden auswählen naja tatsächlich aber das mal aber das so so ich kann ja gerade nichts machen weil die das zauberschild haben also bringt mir das katapult im moment nichts ich muss jetzt warten bis das zauberschild weg ist jetzt feuere ich das katapult gleich und dann gucken wir mal das war jetzt so ein kleiner knackpunkt weshalb ich warten musste das kann er theoretisch wenn ich wenn zauberschild noch wäre hätte er das jetzt weg machen können wir gucken mal alle drei ok das ist natürlich schön machen wir das so dann ist der geht der lila da hin ok jetzt nicht funktioniert aber die sind sowieso alle betäubt also da passiert jetzt gerade erstmal nichts ich habe praktisch ein bisschen Zeit so sie ist noch ein Zug betäubt das ist der nächste das heißt ich kann erstmal jetzt für mein nächstes Ziel suchen auf das ich gehe gleich mit dem letzten Angriff mit dem jetzt gehe ich jetzt auf sie praktisch jetzt ist sie auch weg jetzt bin ich wieder dran und das mal nur zum Schutz nur für den Fall der Fälle dass sie sich auf einmal entscheiden jetzt nicht mehr auf Polina zu gehen sondern auf ihn so sie auf sie gehe ich jetzt zuerst weil sie macht ja wenigstens noch irgendein Special sie belebt sich gleich auch wieder wenn ich sie jetzt einmal kille das ist aber auch in Ordnung das ist eingeplant so tada da ist sie wieder so achso jetzt ja gut hat zum Glück weitergenommen gut wenn ich jetzt Glück habe kann er sie killen ah fast ok so Zauberschild nehmen wir ein bisschen runter mal das ruhig hier hin ich will sie eigentlich betäuben dafür muss ich jetzt noch einen Zug also sie muss noch einmal dran sein deswegen spiele ich jetzt mal die lila Steine so gut es geht weg so jetzt erlischt ihr Zauberschild jetzt kann ich sie eventuell betäuben wenn ich Glück habe jawohl sehr gut okay das hat auch funktioniert okay den lassen wir jetzt da einfach mal drin können wir dann nochmal runterspielen wenn es darauf ankommt na gehen wir hier hin nochmal auf den da nehme ich Gewinn mit die kann Boni entfernen zumindest bei einem wenn sie dran ist und bei den anderen würde ich eigentlich gucken dass wir da Sarkon ja das ist natürlich das ähm das äh Resistent Team ne ah schwierig ich versuche es trotzdem mit Sarkon und Gladiosa ja das ist wieder das Team wo Liederfähigkeit völlig egal ist völlig hinfällig ähm ähm gut geht's natürlich ist sie jetzt nicht ach Sumpf auch noch ist sie jetzt nicht der perfekte Kandidat auch nicht ähm wegen ihm jetzt hier so ne aber wir gucken einfach mal was ist ich würde tatsächlich mal gucken ob wir vielleicht sogar Nadja direkt rauskriegen das sind zwei Spotter ein Spotter reicht mir eigentlich ich gucke mal ob das jetzt reicht von von der Stärke her naja klar das will ich jetzt nicht wegkriegen dann gleich so dann ähm machen wir mal Sarkon okay alles alle resistent okay guck mal witzig ne die ist äh sie sie skillt man auf Resistenz ja das heißt sie dürfte eigentlich gar nichts kriegen aber die anderen kriegen einfach nichts und sie kriegt alles sehr sehr komisch aber ganz 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 merkwürdig gerade aber gut von mir aus dann gehen wir auf sie von mir aus ja sie kriegt anscheinend alles ab okay soll das wohl so sein dass du alles abkriegst oh was er jetzt abkriegt aha äh äh gar nichts also also null Respekt einfach null total unnötig irgendwas ist hier ach nein ich wollte eigentlich auf sie gehen irgendwas ist hier ganz ganz gewaltig im Argen es ist so ein bisschen so 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 strange dass ich es nicht verstehe was hier passiert weißt du ich kümmere mich jetzt erstmal um ihn auch wenn er allen wieder steht scheinbar er kriegt jetzt da wenigstens was ab heilen könnten wir ja auch mal ja wenn er sowieso allen widersteht dann kriegt er das halt ab er widersteht zwar auch viel aber passiert auch wenigstens ein bisschen was so zirrl und win sind eigentlich nur für akuma da ne für sonst sonst war deren daseinsberechtigung nicht da eigentlich die sind wirklich nur für akuma da wenn der nämlich gleich sein wiederbeleben da macht dann habe ich zwei leute die das aufhalten können so jetzt machen wir mal eben hat ihn jetzt nicht getötet ok geht mir die beiden jetzt auch auf so da ist er wieder ok so den lassen wir auch stehen wir haben keine legendären mehr bei episch mal vorbeigucken hallo habe ich gemacht kann ja gehen blau blau habe ich nicht mehr bei episch ich habe aber rot rot habe ich bestimmt noch bei episch mal im kong ja an dich jetzt an dich dachte ich jetzt nicht unbedingt vielleicht kein blauen heiler aber zwei schöne blaue heiler dann nehme ich gar vor dem mit nochmal im kong acc ja sehr gut das ist das was ich sehen will so jetzt habe ich noch einen angriff mit denen dann habe ich jetzt ja zwei helden übrig mit denen kann ich jetzt nicht mehr viel machen das wäre höchstens so zwei krasse helden um das team in der in der basis da weg zu machen nein in dem in dem in der festung das war so eigentlich der plan ja das da ich das jetzt dann am ende doch stehen lasse habe ich halt jetzt zwei helden übrig ja ist halt so mach's ja nix so gucken wir mal eben wie wir hier betäuben können gar kein das ist natürlich auch schon mal eine super sache ähm du opferst ich hau sie raus und dann gucken wir mal bam er hat schon direkt kassiert da haben wir mal satten täters er hat schon direkt einen am deckel gekriegt da stille bin ich nicht besser für ihn ne das betäubt gehen wir mal auf sie da schon mal ein bisschen damage als satten täter ach schade sie ist nicht betäubt keine rei oh jetzt ist alles rot und er ist dran oh er nimmt mir alles weg oh das tat weh was hat denn in der seele ui jo ash einfach mal durch das passiv einfach mal einen weggehauen jo ah je gut dann mach nochmal mal satten täters drauf kommt sie boom alles weg ist schon stark ja ok ich hab jetzt zwei helden übrig weil ich zweimal mit drei angegriffen hab der plan wäre halt im endeffekt besser gewesen ähm also grundsätzlich war mein plan das einzunehmen und dann hätte ich jetzt einen angriff vielleicht den jetzt von gerade auch mit dreien nur gemacht und hätte dann jetzt am ende wäre ich mit drei legendären nur mit drei legendären ohne waffen hier reingegangen aber da kommt es jetzt nicht mehr drauf an ähm dementsprechend lassen wir die zwei helden jetzt ähm ja ungebraucht sozusagen ich könnte jetzt die Sache ist ja um was gehst du jetzt hier rein ich könnte mit taiko reingehen und neffre müsste ich mit taiko alle zerstören ah das ist ein bisschen schwierig ne auch wenn es nur nur seltener sind das kann natürlich dann auch ein bisschen bisschen wehtun also lassen wir die zweimal da einfach jetzt mal so draußen auch eigentlich in erster Linie deswegen weil ähm wir keine legendären Teams mehr haben deswegen lassen wir es so ich hab mein mein Soll erfüllt hier können wir noch mal einmal die Truhe zusammen öffnen okay alles klar gut dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video macht's gut ciao 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 ciao